Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Devlog von Prehistoric Kingdom, nämlich für den Monat Juni 2021. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal die Sachen an, die sich so in der Entwicklung von Prehistoric Kingdom in diesem Monat getan haben. Und da haben wir als allererstes ein sehr interessantes Thema, nämlich den Beta-Release. Darauf fiebern wir ja alle so ein bisschen hin, weil das bedeutet natürlich für uns Spieler neue Dinosaurier, neue Funktionen, neue Inhalte, die wir selber ausprobieren können und uns dann auch ordentlich austoben können. Es ist allerdings momentan noch so, dass es keinen offiziellen Beta-Release gibt. Die Entwicklung ist halt noch nicht so weit, dass gesagt werden kann, dann und dann erscheint das Ganze. Aber sie schreiben auch, dass sie momentan wirklich sehr, sehr gut vorankommen. Momentan wird halt hauptsächlich auch an vielen Gameplay-relevanten Funktionen gearbeitet, die dann auch viel aufeinander aufbauen und viel voneinander abhängig sind. Das heißt, da gibt es viel zu tun. Die müssen ja auch aufeinander abgestimmt werden und sowas. Aber sie schreiben halt, dass sie da wirklich sehr, sehr gut vorankommen und wir große Schritte Richtung Beta halt machen. Außerdem wird auch viel hier auch noch an optischen Sachen gearbeitet, wie zum Beispiel Tieranimation, neue Gebäude oder neue Strukturen. Also da geht es momentan wirklich drunter und drüber. Aber wir sehen gleich auch noch einige coole Screenshots zu diesen neuen Sachen. Nehmen wir auch nochmal einen Screenshot. Das ist jetzt aber einer aus der Alpha. Also das sind hier keine neuen Sachen oder so. Das sind alles Sachen, die wir so schon gesehen haben. Und hier kommen wir dann auch schon wieder zu einem super interessanten Punkt. Man sieht es hier schon ganz gut, denn es geht darum, dass man Objekte in Prehistory Kingdom jetzt auch einfärben kann. Man sieht es ja hier wirklich schon sehr, sehr gut. Gelb, Grün, Rot, Blau. Und das soll dann auch mit vielen verschiedenen Objekten möglich sein und auch mit mehreren verschiedenen Farben bei einem Objekt. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob das hier verschiedene Grüntöne sind. Ich glaube nicht. Aber es wird dann auch Objekte geben, wo man dann zum Beispiel auch mal zwei oder drei Farben anpassen kann. Ähnlich wie bei Planet Sudan auch. Das ist allerdings momentan eine Sache, die jetzt nicht ganz im Vordergrund steht. Also es steht hier wirklich drin, dass momentan wirklich ganz viel im Hintergrund gearbeitet wird und optimiert wird. Also an Sachen, die wir jetzt nicht unbedingt direkt mit dem Auge sehen. Aber trotzdem diese Sachen, die dann für uns auch sichtbar sind, natürlich nicht in den Hintergrund geraten und es da auch vorangeht. Und im nächsten Absatz geht es um ein dynamisches neues Musiksystem, was uns Spielern wohl ermöglicht, eigene Musik hochzuladen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also man kann kontextbezogene Musik auswählen und die Musik manipulieren. Keine Ahnung, was das genau heißen soll. Also für mich heißt es halt, dass wir eigene Lieder hochladen können und dann im Park abspielen können. Würde ich auf jeden Fall ganz cool finden. Falls ich mich da irre und das falsch interpretiert habe oder übersetzt haben sollte, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Und dann haben wir hier auch noch mal ein paar Optimierungspunkte, gerade bei der Auswahl von gruppierten Objekten und sowas. Da gab es gerne mal Performance-Probleme. Das wurde auch alles so ein bisschen angepasst und verbessert. Dann haben wir hier als nächstes diesen Development-Report. Wenn ihr euch den genauer angucken wollt, könnt ihr gerne pausieren. Aber da stehen eigentlich genau die Dinge drin, die wir uns jetzt sowieso angucken. Wichtig ist, hier sieht man noch mal ganz gut, wie weit wir hier schon vorangekommen sind. Also wir sind aktuell bei diesem Punkt der Entwicklung. Wenn der abgeschlossen ist, kommt die Beta und danach kommt schon der Early Access Release. Also es ist gar nicht mehr so lange. Es soll ja auch schon dieses Jahr, ich glaube Ende, nee im dritten Quartal dieses Jahres, glaube ich schon der Early Access Release stattfinden. Aber ich freue mich schon. Das wird mega nice. Ich freue mich aber als allererste natürlich auf die Beta. Dann können wir nämlich neue Sachen ausprobieren und sowas. Das wird cool. Aber wir gehen jetzt direkt schon auf den nächsten Punkt ein, in den viel Arbeit diesen Monat geflossen ist. Nämlich ist das die Strom- und Energieversorgung und die dazugehörigen Gebäude. Man sieht das hier schon ganz gut. Es gibt ja verschiedene Stromversorgungsgebäude. Das ist hier, glaube ich, nochmal groß. Das ist, glaube ich, Windenergie, Solarenergie. Und ist das hier Erdöl? Ich glaube auf jeden Fall irgendwas, was aus der Erde gewonnen wird. Da sieht man auch schon, dass sie verschiedene Radien haben. Darauf gehen wir nämlich auch gleich nochmal ein. Aber es ist jetzt möglich, dass diese Generatoren ausfallen. Also die können wirklich ausfallen und dann muss man die neu starten, damit die wieder ins Laufen geraten. Und die Chance, dass die ausfallen, das hat auch was damit zu tun, ja, mit bestimmten Einflussfaktoren. Nämlich zum Beispiel, welcher Typ der Generator ist. Also ihr habt hier gerade schon drei Typen gesehen. Oder die Range, die man hier sieht, die kann man übrigens auch verändern. Das heißt, je größer man die einstellt, hier ist die zum Beispiel ganz groß, desto höher, also ganz groß weiß ich nicht. Kann natürlich sein, dass die noch höher geht. Das weiß ich, kann ich euch nicht sagen. Aber je höher man das einstellt, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass der ausfällt, weil der halt mehr versorgt und mehr versorgen kann. Und je niedriger, desto stabiler läuft dieser Generator sozusagen. Ist relativ interessant. Ist auch schon sehr schön visualisiert. Und es ist natürlich auch so, dass diese Generatoren über Zeit und durch Wetterbedingungen dann auch Schaden nehmen. Sieht man hier schon ganz gut im Regen. Gehen sie dann natürlich auch schneller kaputt. Oder wenn man Sturm oder sowas kommt, können die dann auch schneller abnutzen. Und das kann dann natürlich auch zu einem Ausfall führen. Und es macht natürlich dann auch Sinn, mal zu schauen, wie es so seinen Generatoren und Gebäuden geht. Und diese dann auch mal, ja, in Stand setzen zu lassen. Weil je schlechter man sich darum kümmert, desto mehr nutzen die Gebäude halt ab. Und desto schlechter funktionieren die. Und irgendwann müssen sie dann komplett ausgetauscht werden. Und ja, das ist halt natürlich dann kostenintensiver. Und wo wir gerade bei Kosten E sind, je Eltern gerät, desto mehr monatliche Kosten entstehen dann natürlich. Und auch der nächste Punkt, nämlich Tag-Nacht-Wechsel und Wetter, spielen dann im Zusammenhang mit der Energieversorgung auch nochmal eine wichtige Rolle. Aber da kommen wir gleich zu. Erstmal schauen wir uns jetzt mal hier das Ganze bei Nacht an. Denn es gibt jetzt Tag-Nacht-Wechsel und wenn es Nacht wird im Park, gehen dann die Lichter an. Ich muss sagen, das sieht wirklich wunderschön aus. Tolle Beleuchtung. Es ist auch cool, wie das hier alles so spiegelt und so der Boden. Sieht schon sehr atmosphärisch aus. Haben aber noch viele weitere Screenshots. Hier sieht man das auch besonders gut. Die ganzen Spiegelungen. Sieht schon sehr realistisch und cool aus. Auch hier die Pflanzen. Die ganzen Blätter spiegeln. War sehr nice. Echt wunderschön. Und dann auch nochmal einen Asuto Ceratops. Und den können wir gleich groß machen. Sieht aber auch cool aus. So beleuchtet im Licht. Aber jetzt können wir nach diesen wunderschönen Screenshots natürlich auch nochmal darauf eingehen, wie das Ganze dann die Energieversorgung beeinflusst. Es wird dann bei Prehistory Kingdom nämlich so sein, dass über das Jahr bzw. über die Monate verteilt dann auch der Tag-Nacht-Zyklus ein bisschen variiert und natürlich auch das Wetter. Und je nach Wetter und Tag-Nacht-Zyklus-Länge ist es dann natürlich so, dass die Sonne unterschiedlich lange scheint und dann zum Beispiel mit Solarenergie an einem Tag mehr und an anderen Tagen dann weniger Strom generiert werden kann. Und das kann dann natürlich finanziell schon ganz schön kritisch sein, weil es wird dann auch zum Beispiel Trockenphasen geben oder Regenphasen. Und wenn man dann in so einer Regenphase steckt, ist es dann meistens bewölkt und die Sonne scheint nicht mehr ganz so gut durch. Und dann kann es natürlich auch mal sein, dass man in einer bestimmten Phase dann wirklich Engpässe hat, weil man halt mit Solarenergie nicht mehr so viel gewinnen kann. Dann muss man versuchen, auf andere Ertragsmethoden für Strom zu setzen, wie zum Beispiel Windenergie oder Erdöl oder was es da nicht alles geben wird. Also ich glaube, die drei gibt es aktuell im Spiel. Das Wetter ist natürlich auch davon abhängig, auf was für eine Karte man spielt. Wenn man zum Beispiel eher auf so einer tropischen Karte spielt, dann gibt es dann auch mal so Regenphasen, wo es dann sehr, sehr lange und viel regnet und auch gerne mal Trockenphasen, wo es dann gar nicht regnet. Und das beeinflusst das Ganze natürlich auch noch mal so ein bisschen. Und wenn man eher so in kälteren, Umgebungen spielt, dann kann es auch mal sein, dass die Temperaturen richtig runter droppen. Sage ich jetzt einfach mal so übersetzt. Also dass sie einfach schön, dass es schön kalt wird, ob es dann schneit oder nicht. Davon habe ich leider noch nichts gesehen. Wäre natürlich cool. Aber hier sieht man auf dem kleinen GIF nochmal so ein bisschen den Wetterwechsel. Achtet hier mal auf die Wolken. Sieht man es gleich himmelschön blau. Jetzt ziehen sich die Wolken zusammen. Und jetzt ist das Ganze richtig grau und kurz vorm Regnen. Sieht auf jeden Fall schon nicht schlecht aus, der Übergang, muss ich sagen. Hier unten weiter kann man das Ganze dann auch noch mal besser sehen. Das hier ist zum Beispiel klares Wetter bei Tag und bei Nacht. Dann haben wir hier als nächstes bewölktes Wetter bei Tag und bei Nacht. Dann haben wir ja richtig bewölktes Wetter. Ich weiß gar nicht, was Overcast heißt, aber man sieht schon, das ist schon kurz vorm Regen so. Mega dunkel hier bei Nacht, muss man sagen. Und dann haben wir Regen. Das sind die vier Sachen, die es aktuell gibt. Aber es soll später auch noch weitere Wetterbedingungen geben. Ich denke auch, dass da noch irgendwie Naturkatastrophen wie zum Beispiel Tornados oder so dazukommen. Das ist ja immer sehr, sehr spannend. Sieht aber schon sehr cool aus mit dem Regen, muss ich sagen. Und dann haben wir als nächstes ein paar neue, coole Bauelemente. Nämlich 20 moderne Lichter, die ins Spiel kommen. Passend zum Tag-Nacht-Wechsel dürfen die natürlich nicht fehlen. Hier haben wir zum Beispiel ein paar Wandlampen. Die kann man übrigens auch von der Farbe anpassen. Steht drin. Ich weiß allerdings nicht, ob damit nur diese schwarze gemeint ist oder ob man auch die Lichtfarbe anpassen kann. Ich hoffe einfach mal, dass beides geht. Gehe ich aber mal von aus. Sind alle relativ in einem ähnlichen Design. Dieses schwarz-metallische mit den weißen Lampen. Aber wenn man das dann einfärben kann, kann man ja sicherlich viel rausholen. Die Formen gefallen mir sehr gut. Sehen super interessant aus. Wir haben hier aber noch mehr, nämlich solche Straßenlaternen, sage ich mal. Eher so größere, die man dann an den Wegesrand stellt. Sehen auch alle sehr interessant aus. Auch alle so eher metallisch. Wobei die eher schwarz sind, die hier eher so, ja, Anthrazit. Und das hier ist ein bisschen mit Holz. Und sogar Rot ist da mit drin, sehe ich gerade. Oder sieht das vom Licht nur so aus? Ich weiß es nicht. Kann man schwer erkennen. Und hier haben wir noch mal ein paar Deckenlampen. Die sind relativ Standard, denke ich. Und dann haben wir auch noch so ein paar Pillar. Die sind, glaube ich, relativ praktisch, gerade so für Wegesmitte, sage ich mal. Also nicht so für den Rand, da kommt ja eher eine Laterne hin. Wobei diese hier gehen ja auch ganz gut an den Rand. Aber die kann man dann auch gerne mal in die Wegesmitte stellen, solche Pillar. Nicht optisch auch sehr cool sehen die aus. Doch diese Bodenlampen sind cool. Nicht schlecht. Hier steht es da noch mal. Die sind alle wirklich einfärbbar. Steht nur leider nicht dabei, ob auch das Licht einfärbbar ist oder nur die Elemente. Und zu guter Letzt bekommen wir noch ein neues Tierchen zu Gesicht. Nämlich ist das der Camarasaurus. Den haben wir schon auf anderen Screenshots gesehen. Allerdings wurde der optisch noch mal angepasst und überarbeitet. Gerade hier oben die Kopfpartie wurde überarbeitet. Und ich muss sagen, optisch gefällt er mir wirklich sehr gut. Das Model auch mega hochauflösend. Sehr cooler Skin, der übrigens auch neu ist. Und auch gerade hier die Kopfpartie gefällt mir gut. Mit dem Gebiss und dem Kiefer. Das sieht schon nice aus. Können wir hier auch noch mal sehen. sogar im Spiel. Die Beinchen sind ganz schön dünn, ne? Für so einen mächtigen Körper. Nicht schlecht. Ob die ihn wohl tragen können? Nicht, dass der irgendwann zusammenbricht. Aber ich glaube, das ist auch der erste Sauropode im Spiel, den wir dann hoffentlich in der Beta spielen können. Ich meine, wir haben ja auch schon den Argentinosaurus gesehen, glaube ich. Aber ich glaube, das ist der erste, den wir als Spotlight vorgestellt kriegen. Bin mir aber gerade auch nicht mehr sicher. Ist schon ein bisschen länger her, dass ich mich damit befasst hatte. Aber auf jeden Fall ein sehr cooler Sauropode. Sei es jetzt der erste oder nicht, ist ja egal. Aber das waren eigentlich alle Neuerungen. Hier unten kommt noch mal ein bisschen Community Spotlight. Sieht auch sehr hübsch aus, was die hier gebaut haben, muss ich sagen. Könnt ihr mal reinschauen. Von den zwei. Einmal hier Jack O'Saw und Cidan Wolf. Den kennt man ja von Planet Zoo, wollte ich gerade sagen. Und dann noch mal ein schönes Bild. Und das war's. Das war der Juni-Devlog von Prehistory Kingdom. Der ist natürlich für euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und falls euch dieses Video gut informiert haben sollte, würde ich mich auch über ein Like freuen. Falls ich Fehler gemacht habe oder so beim Vortragen, korrigiert mich gerne in den Kommentaren, weil es ist schon spät, wo ich das Ganze aufnehme. Da kann das mal passieren. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi. 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 Dandi.